Hallo, hallo, hier ist Marvel1972 von den Nomads. Heute unterwegs in der Foch Stufe 9, also nicht die Foch in Stufe 10 mit dem Autoloader. Und hier ist wieder so ein nicht gut zusammenspielendes Team, würde ich jetzt mal sagen, weil wir wollen auf den Hügel. Das muss halt zügig erledigt werden. Und wir haben dann da hinten wieder so ein bisschen was, was irgendwie eine eigene Sache macht. Wir stehen dann hier hinten, warten auf den Gegner und wir haben rechts eine Flanke, auf die dann der ganze Gegner geht. Also ich will das nochmal zeigen hier. Zwei Panzer, der Experimental und der T-54E1, die auf der falschen Seite sind. So, und das ist halt immer leicht problematisch, weil dann das gegnerische Team darauf reagiert und plötzlich mit sieben Panzern gegen zwei spielt. So, und genau das passiert jetzt schon. Und jetzt kriegen wir hier oben keine Ziele, das ist also super kontraproduktiv. Und oben die fressen auch noch. So, und jetzt bleibt nur noch eins. Massive Attacke. Das ist das einzige, wie man das jetzt noch retten kann. Ich habe natürlich einen schnellen TD, man stelle sich vor einen langsamen TD, dann ist es wirklich eine Katastrophe. So, und jetzt hilft nur eins. Ran, 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 ran an dem Armee. Getroffen, das Objekt 704 blind. Also ich wusste ja verstehen, dass ich nicht richtig bin, war das nicht. Jetzt den Waffenträger nochmal einen mitgeben, der steht da garantiert wieder Ding rein. Nicht gestaubt oder so. 704er nochmal einen mitgeben, vielleicht treffen wir, der ging nicht rein, hat gestaut. Waffenträger nochmal einen mitgeben, der ging rein, dann war er weg. So, jetzt muss der hier weg, dringend. Da sind wir für den 704 natürlich mächtig Angst, weil der schäfert richtige Dinger in einen rein. Aber wir müssen ran. So, nochmal einen blinden Abschreckungsschuss dahin. So, also los geht die Party. Die 704 macht mir echte Sorgen. Da muss er jetzt durch. Da ist er, super. Hab jetzt Risiko natürlich, aber 704 muss ich ignorieren. Hier ist er komplett am Brennen, die Seite. Reit ab, sehr gut gewickelt. Nochmal ran. Ich hätte Adrenalin gehabt. Ich hab mich gar nicht gezogen. Naja. Manchmal ist man so fokussiert. So, jetzt dieser Arm X da. Ich sammel natürlich irgendwo hin. So, bitte T49 biegt nach rechts ab. Sehr gut. Party. Bam. So. Jetzt können wir hier wieder rauskommen. Und ran an das Objekt. Und ich glaube, ich hab's schon zweimal getroffen. So, nach dem Schaden dazu. Bin mir nicht sicher. Einmal auf jeden Fall. Hab ich ja gesehen. Zweite, glaube ich. So, jetzt zeig ich euch was. Was denkt ihr, das geht nicht oder so? Aber mit dem Panzer geht das. Bam. Damit hat das Objekt nicht gerechnet. Fertig. So. Nochmal gerettet das Ganze. War dringend notwendig. Der Jagdtiger mit 1392. Das Ding ist ja auch eine DPM-Maschine. Da müsste man auch ein bisschen mehr liefern eigentlich. Aber na gut. Ja, das ist es gewesen. Ich sag Tschüssi.